Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Antonio, was ist hier los? Seid ihr euch sicher? Was meinst du? Sicher, dass ihr hineingehen wollt. Ist alles da? Was willst du denn? Ist doch wie bei Cartier. Erwolf. Ah, guten Abend, Herr Wartmeister. Guten Abend, Antonio. Es gab Berichte über eine Räuberbande. Gibt es denn irgendwelche Probleme? Eine Panzertür! Verdammt! Er wollte doch unbedingt Dachan. Hure, tor mit Pännischer! Da fängt Stufen nach oben. Du wirst weg von diesem Drecksort. Auch ihr solltet nach innen sehen. In die Tiefe eurer Seele. Und herausfinden, wer ihr in Wirklichkeit seid. 유? Dach! 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 Vielen Dank.